Herzlich willkommen zu dein bester Vergleich. Heute wollen wir drei verschiedene Modelle von Raketenöfen aus drei verschiedenen Preisklassen anschauen. Willst du dich noch weiter zu den Modellen informieren oder einen der Öfen bestellen, schau einfach mal in der Beschreibung vorbei. Dort haben wir dir alle drei Varianten verlinkt, so dass du eine gute Kaufentscheidung für dich treffen kannst. Bleib bis zum Ende dran, um alle Modelle kennenzulernen. Viel Spaß mit dem Video. Als erstes und günstigstes Modell haben wir den Barbecue Toro Raketenofen. Stell dir vor, du sitzt auf deiner Terrasse und der Barbecue Toro ist im vollen Einsatz. Diese Feuerquelle erzeugt eine rauchfreie Flamme, die selbst bei windigem Wetter stabil brennt. Kein lästiger Rauch und kein gefährlicher Funkenflug. Nur reine konzentrierte Hitze, die deine Kochzeit minimiert und das Grillen zu einem echten Vergnügen macht. Dieser Ofen ist der sauberste und energieeffizienteste, den du finden wirst. Du kannst praktisch alles darin verbrennen. Holz, Grillkohle, Äste, Baumschnitte, Tannenzapfen und sogar Pellets. Das bedeutet weniger Verschwendung und mehr nachhaltiges Grillen. Die Einsatzmöglichkeiten sind endlos, egal ob du im Garten, auf deiner Terrasse, beim Camping oder in der Wildnis bist. Der Barbecue Toro ist dein zuverlässiger Begleiter. Du kannst damit traditionell kochen, sei es mit einem Dutch Ofen, einer Gusskanne oder einem Gusstopf. Deiner kulinarischen Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Die Bedienung ist denkbar einfach. Du kannst den Ofen von oben oder unten befeuern, je nach deinen Vorlieben. Die Luftzufuhr ist über zwei Türen leicht und effektiv regulierbar. Das bedeutet, du behältst die volle Kontrolle über deine Feuerquelle. Der Barbecue Toro Raketenofen wird dein Barbecue Erlebnis revolutionieren. Für mehr Infos zu diesem Modell, klick einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Dort kannst du den Raketenofen auch direkt per Prime-Versand nach Hause bestellen. Als nächstes haben wir den Petromax Raketenofen. Seine L-förmige Bauweise ist kein Zufall. Sie ermöglicht eine effiziente Wärmeverteilung und schafft ein echtes Kaminfeuergefühl. Selbst wenn du nur eine Handvoll Brennmaterialien zur Verfügung hast, sorgt der konstante Luftzug dafür, dass du die Hitze perfekt steuern kannst. Die Reinigung ist ein Kinderspiel. Die Brennrückstände werden sicher in den herausnehmbaren Aschenkasten befördert, wodurch der Untergrund geschont wird. Das doppelwandige, isolierte Gehäuse des Raketenofens hält die Hitze drin und schützt dich vor Verbrennungen, während du die Außenseite problemlos anfassen kannst. Die gusseiserne Kochfläche ist dein Meisterwerk. Sie leitet die Wärme gleichmäßig an dein Kochgeschirr weiter und hält sie lange gespeichert, damit du deine Mahlzeiten perfekt zubereiten kannst. Du kannst die Temperatur mühelos steuern, indem du einfach Brennmaterialien reinschiebst und die Luftzufuhr durch Öffnen und Schließen der Klappe regulierst. Der Petromax Raketenofen ist mehr als nur ein Kocher. Er ist dein Verbündeter in der Wildnis. Mit ihm wird jede Mahlzeit zu einem Abenteuer und jeder Moment am Lagerfeuer zu einer Erinnerung. Alle weiteren Infos zu diesem Raketenofen kannst du im zweiten Link in der Videobeschreibung erfahren und ganz einfach bestellen. Als drittes und letztes möchten wir dir den absoluten Bestseller und unseren Favoriten, die Solo Stove Feuerschale Yukon, vorstellen. Dieses geniale Gusseisenkochset bietet dir nicht nur die Möglichkeit, kulinarische Meisterwerke zu zaubern, sondern auch einen 360 Grad Zugang zur Grillkohle, sodass du köstliche Snacks mühelos zubereiten kannst. Der Yukon ist nicht nur großartig, er ist auch äußerst effizient. Seine Edelstahlfeuerstelle sorgt für eine beeindruckende 360 Grad Luftzirkulation, was bedeutet, dass du raucharme Feuer genießen kannst. Egal wo du bist, die 2.0 Version wurde noch intelligenter gestaltet, mit einer abnehmbaren Bodenplatte und einer praktischen Auffangschale für eine kinderleichte Reinigung. Aber hier ist das Geheimnis, warum der Yukon wirklich glänzt, sein effizientes Gusseisen. Diese Platte gleicht intensive Hitze auf natürliche Weise aus, was selbst Anfängern ein meisterhaftes Grillen über offene Feuer in kürzester Zeit ermöglicht. Nachdem du die Grillkohle angezündet hast, bleibt die perfekte Kochtemperatur mit nur einer einzigen Glutschicht konstant. Er ist mit drei stabilisierenden Füßen ausgestattet, die perfekte Stabilität auf der Grillplatte bieten. Dank seiner cleveren Fenster kannst du Holz ganz bequem nachlegen, ohne das köstliche Grillgut zu stören. Und das Beste vom Aufbau zum Verstauen ist alles ein Kinderspiel. Mehr Infos zu diesem Gerät über den dritten Link in der Videobeschreibung. Wir hoffen wir konnten dir die Kaufentscheidung erleichtern. Falls du immer up to date bleiben willst, kannst du gerne ein Abo dalassen. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß mit deinem neuen Raketenofen.